Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Drienbacher, Personal Trainer und Online-Coach aus Karlsruhe. Heute habe ich was zur Trainingsmethode, die ist bei einigen bekannt, aber ich glaube bei vielen ist sie sehr unbekannt. Und zwar diese Methode nennt sich X-Fraps oder X-Files Trainingsmethode. Hört sich sehr interessant an, ist aber, wenn man es weiß, ganz einfach. Und zwar diese Trainingsmethode, die funktioniert folgendermaßen. Wir haben, wenn wir ein Muskel trainieren, zum Beispiel gehen wir jetzt mal davon aus vom Bizeps. Wenn ich jetzt vom Bizeps ausgehe und den Trainieren, dann habe ich hier einen gesamten Bewegungsablauf. Das heißt, ich bin hier komplett in der Entspannungsphase, gehe dann in die Anspannungsphase und hier oben habe ich die maximale Spannungsphase. Wenn ich höher gehe, bin ich aus dem Belastungsbereich raus. So und jetzt gibt es die Trainingsmethode X-Fraps oder X-Files und da trainiere ich nur im höchsten Spannungsbereich der Muskulatur. Es ist ein verkürzter Bereich der Bewegung und jede Übung hat einen bestimmten Bereich, wo die Last am höchsten ist. Im Bizepsbereich ist also der mittlere Bereich. Hier in diesem Bewegungsspielraum habe ich die maximale Last auf den Muskelfasern. Und jetzt kann ich natürlich diese Trainingsmethode X-Fraps oder X-Files kann ich trainieren, indem ich Sätze mache, wo ich nur in diesem höchsten Spannungsbereich bleibe. Auch wieder im Wiederholungszahlenbereich ähnlich, 8, 10, 12, teilweise 15 Wiederholungen, aber wirklich nur in diesem maximalen Spannungsbereich. Im Bizeps zum Beispiel oder beim Lackzug. Beim Lackzug habe ich natürlich hier, wenn ich vorne einen Frontlackzug mache, habe ich hier den gesamten Bewegungsablauf bis zur maximalen Armstreckung wieder runter, kurz unter das Kinn. Jetzt arbeite ich nur hier in diesem kurzen Anteil circa 40 bis 50 Prozent des Gesamtbewegungsablaufes. Grundsätzlich, wenn jemand in X-Fraps trainiert, beziehungsweise wenn jemand X-Fraps, X-Files trainieren möchte, sollte man nicht zu lange trainieren. Wenn der Muskel nur in einem bestimmten Belastungsbereich belastet wird, verlernen er euch den anderen Bereich. Das heißt, bei dieser Trainingsmethode sollte man natürlich auch beachten, dass man über das gesamte Jahr gesehen diese Trainingsmethode zu häufig trainiert, sondern dass man grundsätzlich 70, 80 Prozent seines Trainings über den gesamten Bewegungsablauf der Muskulatur trainiert, sodass hier nichts verkürzt und dass die Gelenkanteile nicht nur in einem Teil maximal belastet werden, sondern über den gesamten Teil gleichmäßig belastet werden. Das ist mit Sicherheit wesentlich gesünder, wie nur in diesem kurzen Bereich zu trainieren. Aber man kann auch mal zwischendurch diese X-Fraps Methode anwenden. Entweder ich mache drei, vier Wochen lang zweimal im Jahr komplett diese X-Fraps Methode, dass ich alle Übungen in diesem kurzen Spannungsbereich ausführe. Oder was man auch machen kann, ist, dass man einen Satz macht über einen langen Bewegungsspielraum, also kompletter Bewegungsablauf des Muskels und dann im Anschluss, als Supersatz zum Beispiel, die nächste Übung entweder in der gleichen Muskelgruppe oder in der gegenüberliegenden Muskelgruppe nur im höchsten Spannungsbereich absolviert. Oder ich mache eine Reduktionsmethode. Ich mache einen Satz oder ein, zwei Sätze über den gesamten Bewegungsablauf, reduziere von Satz zu Satz das Gewicht, weil ich eine relativ kurze Pause habe, und mache dann zum Beispiel Satz 3 und 4 in diesem kurzen Belastungsbereich. Ein, zwei Sätze über den gesamten Bewegungsablauf, reduziere von Satz zu Satz das Gewicht, weil ich eine relativ kurze Pause habe, und mache dann zum Beispiel Satz 3 und 4 in diesem kurzen Belastungsbereich. Grundsätzlich sollte man wissen, dadurch, dass der Muskel keine Ruhephase hat, dass ich immer im höchsten Spannungsbereich bin, werde ich grundsätzlich definitiv etwas kleiner Gewichte benutzen müssen. Da kann ich nicht mit submaximalen Gewichten trainieren, weil im Belastungsbereich keine Ruhephase ist. Wenn ich einen kompletten Bewegungsablauf mache, wie zum Beispiel hier bei dem Bizeps, dann habe ich natürlich hier unten eine Ruhephase, und viele, obwohl es nicht richtig ist, machen ja auch hier oben noch eine Ruhephase, wenn sie in den toten Punkt gehen. Also, grundsätzlich sollte man mit X-Raps nicht das ganze Jahr machen, sondern zyklisch trainieren. Man kann es als alleiniges Trainingsprogramm alle Übungen als X-Raps rausführen, ist eine Möglichkeit. Man kann es hinten dran setzen, ans Ende des Trainings, beziehungsweise als Satz 2, Satz 3, im Supersatz, im Supersatz antagonistisch und in der Reduktionsmethode. Macht alles Sinn. Gibt einen Riesenpump, kann ich euch nur versprechen. Ist mal eine interessante Trainingsprogramm. Es lohnt sich auf jeden Fall mal, diese Reize zu senden und den Muskel mal mit so submaximalen Reizen zu belasten. Gibt wirklich einen extrem schönen Punkt und auch hier im Bereich der Muskel kann ich dadurch wieder neue Reize setzen. Und diese neue Reize wissen wir schon, auch von meinen vorhergehenden Videoclips, dass neue Reize verarbeitet werden müssen. Das könnte wiederum dazu führen, dass eben der Muskel durch diesen submaximalen Reiz eben ein Volumen dazu gewinnt. Also, von dem her würde ich sagen, auch hier gilt, nicht erst sagen, Gottes Willen, was ist das für ein Schrott, das mache ich nicht, das ist gesundheitsschädlich, was auch immer. Schon eben erstmal ausprobieren und in einem gesunden Maß ausprobieren. Das Ganze natürlich ohne Schwung, ohne mit zu großen Belastungen und nicht zu häufig. Immer den langen bzw. den gesamten Bewegungsablauf vorrang gewähren. Und dann ist es mit Sicherheit eine interessante Trainingsmethode. Demnächst werde ich es auch noch vorführen im Trainingsbereich. Euch einfach mal zeigen, wo, was, welcher der Spannungsbereich ist. Dass ihr seht, in welchem Bereich müsst ihr trainieren, wo entsteht die höchste Spannung. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Viel Spaß beim Training. Vielleicht schon mal beim Antesten von X-Verbs X-Files. Andreas Trienbacher, Cursal Trainer und Online-Coach aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe. Felteth WachБ manifestation und dabei. Andreas Trienbacher, Cursal Trainer und Online-Lineitere-Leus alle 2014 Ellandsreges zuy